Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 12. Dezember 2022 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir beginnen wieder traditionell im Süden an der Dnieperfront, wo es auch weiterhin sehr, sehr laut ist in den vergangenen 24 Stunden. Vor allem werden Explosionen aus Kherson und aus Kachowka gemeldet. Beide Seiten setzen hier schwere Artillerie ein. Auf der anderen Seite treffen aber auch die Ukraine weiterhin russische Stützpunkte in der Rückseite der Frontlinie. Es gab zum Beispiel in Chaplinka weitere Explosionen, hier auch ein russischer Militärflugplatz oder zum Beispiel auch in Skandowsk, hier am Dniepergolf, quasi am Schwarzen Meer. Hier gab es auch eine Explosion, sprich einen Terroranschlag auf den Vize-Gouverneur der Region, Kherson, wenn ich mich nicht täusche. Hierbei konnte der Mann überleben, sein Vater wurde getötet. Hier ist auch weiter ukrainische Partisanen im Einsatz, die das Leben der Russen hier natürlich weiter deutlich erschweren und regelmäßig hier Sabotageakte gegen die russischen Streitkräfte durchführen. Wenn wir weiter östlich schauen an der Saporizia-Front, so gibt es hier weitere Berichte von Explosionen. Und zwar wurden jetzt gerade heute Abend Explosionen in Michailovka hier zu sehen, in Togmak und erneut in Militopol gemeldet. Und die Städte wurden alle vermutlich mit Heimars-Raketen beschossen. Und was Militopol betrifft, so haben wir hier auch schon die Bestätigung von russischer Seite von Russen vor Ort, die bestätigten, dass die Ukraine hier eine Brücke zerstört haben, und zwar die Brückenverbindung zwischen Militopol und Konstantinowka hier zu sehen. Direkt angrenzend auf der Ostseite des Moloch-Nahrflusses. Hier wahrscheinlich eine dieser beiden Brücken entlang der M14-Autobahn. Also welche genau können wir aktuell nicht sagen, aber eine der Brücken wurde auf jeden Fall zerstört. Die Russen berichten allerdings aktuell nicht von hohen Verlusten. Wir warten hier erst einmal ab und werden sehen, was wir für Bilder aus dieser Region bekommen. Und was den Raketenangriff gestern bzw. vorgestern betrifft, über den hatte ich auch gestern auch gesprochen. Hier berichteten inzwischen die Ukrainer, dass bis zu 200 russische Soldaten getötet wurden. Ich kann das Ganze anhand des Videomaterials nicht bestätigen bzw. mir schlecht vorstellen, dass es 200 Tote gab. Ausschließen kann ich das Ganze nicht. Ich wollte das Ganze nur mal kurz ansprechen. Die Russen schweigen über die Verluste. Wir können aber definitiv sagen, dass die Russen Verluste tragen nicht nur gestern in Militopol, sondern auch heute und auch die vergangenen Wochen, nachdem die Ukrainer den Beschuss russischer Positionen in der Rückseite der Frontlinie deutlich verstärkt hatten. Die Russen greifen auch weiter an der Frontlinie mit ihrer Artillerie an. Vor allem hier Malatok, Matschka, Urychow waren heute betroffen. Teilweise auch hier im Westlich wieder die Siedlung Sosnitsche und Hulebilske. Also hier nichts Neues. Die Russen beschießen weiter ukrainische Positionen entlang der Frontlinie bzw. nicht weit weg von der Frontlinie und waren hiermit auch, um ehrlich zu sein, in den vergangenen Tagen ziemlich erfolgreich. Soviel erstmal zum südlichen Bereich. Weiter geht es in Richtung Donetsk. Hier erst einmal die Information, dass die Russen heute Wuchledar intensiv beschossen haben. Es kam allerdings nicht zu kämpfen entlang des Kaschla-Hach-Flusses, auch in Pavlovka weiterhin ruhig. Die Russen halten weiter den südlichen Teil von Pavlovka, quasi südlich des Kaschla-Hach-Flusses. Und es kommt erst einmal nicht zu Zusammenstößen am Boden. Auf der anderen Seite bestätigen jetzt auch die Russen, dass sie gestern einen Angriff gestartet hatten. Vermutlich aus Neskutschner in Richtung Wremivka, westlich von Volika-Novasilka. Ich hatte gestern schon davon berichtet. Dieser Angriff wurde von ukrainischer Seite zurückgeschlagen. An der Donetsk, Front um Donetsk, wird auch weiter gekämpft. Die Russen greifen Richtung Nowomikhailovka und Pobierda an. Aber auch in Marenka wird weiter angegriffen und gekämpft. Hier erst einmal auch keine Veränderungen zum heutigen Tag. Nördlicher dann die Region Krasnogorovka. Hier vor allem russische Artillerie auf diese Stadt im Einsatz. Und was die Region Pervomalska betrifft, so berichten die Ukrainer, dass die Russen jetzt weiter versuchen anzugreifen in Richtung Pervomaiske. Die Frontlinie verläuft aktuell hier ungefähr auf dieser Höhe von diesem kleinen See, der hier südlich, südöstlich von Pervomaiske steht. Insgesamt sind diese Angriffe aber auch weiterhin nicht erfolgreich. Und wir sehen hier aktuell Stellungskämpfe entlang oder um diesen See. Obbett ne wollte ja auch hier erst einmal keine Veränderungen. Was wir allerdings hören, ist, dass die Russen die Angriffsbemühungen in Richtung Gamienka verstärkt haben. Diese Siedlung ist nach wie vor unter ukrainischer Kontrolle. Und hier griffen die Russen in den vergangenen Tagen mehrmals an, auch unter Einsatz von Technik. Und welche Infanterieeinheiten hier genau beteiligt waren, kann ich aktuell nicht sagen. Auf jeden Fall wurden hier die Angriffe wieder reaktiviert bzw. wieder aufgenommen. Und wir können auch hier in den nächsten Tagen damit rechnen, dass uns hier Kämpfe erwarten. Ansonsten auch hier wieder sehen wir den Einsatz von schwerer Artillerie auf beiden Seiten. Die Russen, wie schon gesagt, Krasnogorovka, Nowomikhailovka, Konstantinowka hier, vor allem südlicher und nördlicher natürlich hier die Stadt Avdijivka. Was die ukrainische Seite betrifft, so gibt es auch hier weiter Explosionen. Vor allem in der Stadt Donetsk gibt es ja schon seit mehreren Tagen Explosionen. Und hier hört auch die ukrainische Artillerie nicht auf, weiter diese Stadt zu beschießen. Das gleiche gilt auch hier für die Stadt nördlicher von Donetsk, Makhivka, Horlevka. Auch hier gab es Explosionen und Feuerausbrüche in der Stadt. Südlicher von Bachmut bzw. an der Bachmutfront bleibt es weiter bei intensiven Kämpfen, wobei die russischen Einheiten aktuell versuchen, vor allem vom Norden in Richtung Klischivka zu kommen. Also gerade im nördlichen Teil, um den nördlichen, nordöstlichen Teil von Klischivka wird aktuell intensiv gekämpft. Hier gab es keine wesentlichen Fortschritte von russischer Seite in den vergangenen 24 Stunden. Hier auch Artillerie und Luftwaffe weiter im Einsatz, vor allem wieder auf Klischivka, Iwanjewska. Und südlicher von Bachmut dauern auch hier die intensiven Kämpfe weiter an. Keine weiteren Details, keine Neuigkeiten hier, bis auf die Information, dass hier weiterhin sehr, sehr intensiv gekämpft wird. Allerdings haben wir Neuigkeiten aus Bachmut selbst, und zwar östlich von Bachmut. Gut, gestern konnten wir bestätigen, dass Einheiten der Wagengruppe die Sinyat-Fabrik angenommen haben, hier im Gewerbegebiet östlich von Bachmut. Und nach russischen Informationen konnten die Russen quasi hier zu diesen Gewässern vorrücken und die Ukraine auf die Südwestseite dieser Gewässer drücken. Und was wir heute hören, ist, dass die Russen vorrücken konnten. Das Ganze kommt von einer ukrainischen, vertrauenswürdigen Quelle. Die besagte, dass die russischen Stratkräfte heute 180 Meter vorrücken konnten in Richtung Bachmut. Und zwar geht es hierbei um die Perchot-Travneve-Straße, die wir hier sehen. Also diese Straße hier, die danach in Bachmut hineinführt. Nach Informationen von russischer Seite wird schon aktuell in der Stadt gekämpft. Es kommt zu den ersten Straßen- und Häuserkämpfen im östlichen Teil von Bachmut. Und damit haben wir hier die erste bestätigte Information, dass russische Einheiten es geschafft haben, in die Stadt hineinzudringen. Wobei ich mir sehr gut vorstellen kann, dass die Ukrainer gerade jetzt für die heutige Nacht beziehungsweise für den morgigen Tag hier eine Gegenoffensive vorbereiten, um diese Straße wieder von den russischen Stratkräften zu räumen. Also hier wird es auf jeden Fall intensiv bleiben, auch in den nächsten 24 Stunden. Und wir können hier auf jeden Fall damit rechnen, dass hier weiter gekämpft wird. Das gleiche auch nördlicher in Richtung Petra Rodne hier auch berichtet, dass gekämpft wird. Die Russen versuchen in Richtung dieser Siedlung vorzurücken, um damit die Einkesselung der Stadt Bachmut voranzubringen. Allerdings erst einmal kein Erfolg. Und Informationen, die wir in russischen Quellen lesen, von wegen, dass die Russen sich inzwischen in der Siedlung verschanzt haben, können wir hier auf jeden Fall nicht bestätigen. Auf der anderen Seite gab es dann hier auch ein Bild, vermutlich hier von dieser Kreuzung. Wir haben gesehen, dass eine Brücke zerstört, gesprengt wurde. Und zwar vermutlich von ukrainischer Seite, so wie wir anhand des Bildmateriales erkennen können, war das Ganze kein Artillerieangriff von russischer Seite. Und das Ganze ist hier mehr oder weniger quasi eine Andeutung dafür, dass die Ukrainer möglicherweise hier sich schon auf das Verlassen der Stadt Bachmut vorbereiten und die erste Brücke gesprengt haben. Ich denke allerdings, dass es noch dauern wird bis dahin, bis die Russen tatsächlich Bachmut einnehmen werden. Und bis heute ist es ja noch nicht mal sicher, dass die Russen hier Erfolg haben werden, auch wenn hier aktuell natürlich große Einheiten konzentriert werden. Ich denke, die Russen werden es schaffen, früher oder später mit, werden damit natürlich einen hohen Preis bezahlen. Aber, wie gesagt, das Ganze kann hier auf jeden Fall noch seine Zeit dauern. Nördlicher dann wieder die traditionelle Frontabstunde entlang der T-1302-Straßenverbindung, wo auch weiter die Russen angreifen. Einmal in Bachmutzke. Hier wird auch weiter in der Region des Knauf-Gips, der Knauf-Gips-Fabrik gekämpft. Schon seit Wochen, Monaten verläuft die Frontlinie hier um diese Fabrik. Keine Veränderungen hier. Was Jakov-Livka betrifft, habe ich ein Update. Und zwar konnten hier die Ukrainer wohl wieder einen Teil der Siedlung zurückerobern. Wenn wir ganz kurz auf die Karte der Ukrainer schauen, auf die Deep State Map, so können wir hier erkennen, dass aktuell die Russen sich westlich und östlich von Jakov-Livka befinden und dass die Ukrainer hier wohl geschafft haben, einen größeren Teil dieses Dorfes wieder zurückzuerobern. Aktuell wird hier weiter gekämpft. Die Lage ist hier kritisch. Allerdings, wie gesagt, anscheinend konnten sich die Ukrainer hier doch festhalten und einen lokalen Gegenangriff starten, der wohl erfolgreich war. Heute gab es Berichte, dass einige Einheiten der Ukrainer dieses Dorf verlassen. Allerdings handelt es sich hierbei nicht um einen Rückzug, wie einige Quellen verkündet hatten, sondern um eine Personalrotation in Jakov-Livka. Genau, ansonsten, Beresowek, gleiche Geschichte. Wir hören heute davon, dass die Russen wieder angreifen, und zwar verstärkt in Richtung Werchnow-Kamenske, von Werchnow-Kamenska, quasi hier in Richtung Siversk. Hier konnten die Russen keine Fortschritte erzielen. Spirne wurde heute intensiv beschossen von russischer Seite, aber auch hier keine großen Veränderungen, keine größeren Veränderungen. Beresowek, weiterhin kritische Situation. Die Russen greifen an, aber die Ukrainer können hier weiterhin diese Siedlung halten. Und jetzt kommen wir zum Abschnitt zwischen Kremina und Svatove, wo es auch weiterhin nicht ruhig bleibt. Die ukrainischen Streitkräfte drücken auch weiter in Richtung der R66-Straßenverbindung, teilweise auch hier südlicher in Richtung Kremina, um natürlich den Krasner Fluss zu erreichen und damit den russischen Brückenkopf hier zu zerstören. Insgesamt konnten die Ukrainer laut ukrainischen Aussagen vorrücken, allerdings handelt es sich hierbei nicht um Aussagen des ukrainischen Generalstabs, sondern um Aussagen des Oberst der Luhansk-Region, quasi der pro-ukrainische Oberst der Luhansk-Region. Und wie gesagt, hier dauernd die Kämpfe an. Es gab nach meiner Information keine größeren Fortschritte und die Russen können weiterhin Scherwon und Popiv gehalten. Wir müssen hier auf jeden Fall abwarten, und wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickeln wird. Ansonsten hier auf Leuschanka wieder lokale Kämpfe, keine größeren Veränderungen. Was vielleicht nochmal nennenswert wäre, ist die Siedlung Novoseljewska, wo ich hier vorgestern verkündet hatte, dass diese Siedlung wohl gefallen ist. Das Ganze basierte auf Aussagen von ukrainischer Seite. Diese Aussagen haben sich aber inzwischen als falsch herausgestellt, weil die Ukraine sich jetzt wohl doch am östlichen Teil, Quatsch, am westlichen Teil der Siedlung noch festhalten, verschanzen in einigen Ruinen, wie wir das Ganze hier nennen müssen. Diese Stadt bzw. diese Siedlung ist vollständig zerstört. Die Russen arbeiten aktuell intensiv auf diese ukrainischen Einheiten, die sich noch verschanzen, mit dem Ziel, diese Siedlung zu erobern. Sieht nicht danach aus, als könnten die Ukrainer hier länger noch die Siedlung halten. Ich denke, dass die Ukraine sich doch zurückziehen werden, aber ich entschuldige mich auch nochmal hier für die Aussage, die sich jetzt hier als falsch herausgestellt hat. Deshalb auch hier nochmal die Korrektur. Die Ukrainer können sich weiterhin in dieser Siedlung festhalten, aber sehr kritische Lage hier. Gut, und damit wären wir auch hier schon am Ende. Vielleicht kommen wir jetzt noch ganz kurz zu den Aussagen des ukrainischen Verteidigungsministers Resnikov. Dieser äußerte sich hier zu den Winterplänen der ukrainischen Streitkräfte. Er sagte, dass man im Winter die Kampfhandlungen nicht einstellen würde. Er sagte aber auch, dass man auf kältere Temperaturen warte, um die nächste Gegenoffensive zu starten. Ich hatte vor knapp zwei Wochen berichtet, dass die Temperaturen gerade im nördlichen Abschnitt der Front, also hier im Norden, gefallen sind, auf bis zu minus 10 Grad Celsius. Inzwischen habe ich nochmal den Wetterbericht geprüft. Und aktuell haben wir hier milde plus 5 Grad Celsius in der Region zwischen Lysitschansk und Svatowel, also da, wo aktuell die Frontlinie ungefähr verläuft. Und es wird auch vermutlich noch diese Woche bei diesen Temperaturen bleiben. Also auch hier keine tollen Bedingungen, keine Top-Bedingungen für eine Gegenoffensive mit motorisierten Einheiten, wie auch der ukrainische Verteidigungsminister gesagt hat. Und deshalb, ja, hier nochmal auch die Bestätigung von ukrainischer Seite, dass man a, die Kampfhandlungen nicht einstellen werde, aber dass man b, auf bessere meteorologische Verhältnisse warten wird. In diesem Fall, beziehungsweise, ja, wir können hier davon ausgehen, dass die Ukraine im Winter noch einiges zu bieten haben werden. Jetzt nutzen die Ukrainer natürlich auch diese milden Temperaturen, um Technik und Truppen weiter zu konzentrieren, vorzubereiten und teilweise eben auch schon in Richtung der Front zu verlagern. Hier gab es ja auch in den vergangenen Wochen Berichte, dass die Ukrainer gerade in der Region Umcharkiv eine große Anzahl an Technik und Truppen konzentrieren und dass diese vermutlich danach eben in Richtung Osten geschickt werden für einen Angriff in Richtung Starobilsk, welches hier aktuell der wichtigste Logistiknotenpunkt der russischen Streitkräfte ist. Inzwischen können die Russen auch hier die Verbindung zwischen Swartovia und Kremien nicht mehr wirklich nutzen und müssen nämlich hier auf den Umweg über Starobilsk zugreifen, was natürlich hier auch die Versorgung deutlich, deutlich erschwert. Die Ukrainer werden also weiter versuchen, wie ich vermute, die R66 zu bedrohen, möglicherweise auch vollständig unter Kontrolle zu bekommen, um hier quasi diese Kommunikationslinie der Russen zu unterbrechen zwischen Swartov und Kremiener und dann wird man vermutlich zuschlagen. Vor allem erwarte ich im nördlichen Abschnitt der Frontlinie die nächste größere Offensive der ukrainischen Streitkräfte. Was den südlichen Abschnitt betrifft, so denke ich erstmal nicht, dass die Ukrainer hier zuschlagen werden. In Kürze, allerdings früher oder später werden wir auch hier größere Angriffe von ukrainischer Seite natürlich sehen. In diesem Sinne werde ich die Situation natürlich weiter beobachten und ich denke, dass uns im Winter, der jetzt seit knapp zwei Wochen begonnen hat, einiges erwartet. In diesem Sinne bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Gerne Like da lassen, Kanal abonnieren und den Telegram-Kanal in der Videobeschreibung ebenfalls abonnieren. Und ansonsten hören wir uns dann wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen wunderschönen Abend.